Sie ist die amtierende deutsche Meisterin im Solotanz, sie ist die Vize-Europameisterin im Solotanz und hat hier jetzt bei uns die Lizenz zum Tanzen, Nina Soranovic. Die Lizenz zum Tanzen 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 Nina Soranovic vom JSK Rottgau großartig ein dreifaches Nina Soranovic Hello Solo-Tanz Hello Vatgau Hello Liebe Nina, dein Ausmarsch Vielen Dank Vielen Dank Sounds Do Nice You You Untertitelung des ZDF, 2020